Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von NHL16. Es gab ja eine kleine Verzögerung. Ich hatte eigentlich drei Parts vorproduziert, die ich eigentlich noch am Abend rausbringen wollte. Das ist jetzt schon wieder vier Tage her. Also kommt jetzt mal wieder ein Part. Ich werde dann die aufgenommenen drei Parts mit dem Spiel Adler Mannheim gegen die Eisbären aus Berlin, werde ich jetzt dann in der Playlist hinten ran schieben. Also das heißt, dass erst jetzt dieses Spiel kommt, was normalerweise nach dem Eisbärenspiel dran ist und dann das Eisbärenspiel dran ist, weil ich in der Aufnahme halt dauernd gelabert habe, dass es vorproduziert ist und ich halt einfach nicht mehr dazu kam, das noch vor meinen beiden Terminen online zu stellen. Also verzeiht es mir bitte. Nehmt ein bisschen Rücksicht. Wir gehen jetzt ins Spiel Adler Mannheim gegen die Augsburger Panthers. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich bin es auch. Es ist das Spiel 15 von 52. Gehen wir rein. Ja, das hebt sich so schlecht auf. Machen wir das so. Weil sonst kann man das so schlecht unterscheiden, hat sie gesehen, weil das Adler Mannheim im Auswärtstrikot ist weiß-blau und denen hier ist es weiß-grün. Da sieht man den Unterschied so sehr schlecht. Deswegen habe ich jetzt mal durchgeguckt, was es denn noch an Möglichkeiten gibt. Sie wollen mit der Puck-Puck-Management machen. Das ist ein Terme das man hört a lot nowadays. Aber zu mir, wenn man das erste Goal in den letzten Jahren in der National Hockey League hat, wenn man das eine große Chance hat, also 70% der Zeit, wenn man das erste Goal hat, dann hat man das eine gute Chance hat. Augsburger hat eine gute Chance auf das Spiel auf und der Linie. Sie wissen, dass das erste Goal ist. Und ich würde sie und sie haben viele. Eine wichtige Anlage ist das erste gut pass, die in der Defensive Zone zu sehen, und sie können den Puck in oder den Puck in oder den Puck in und den Puck in um den Schweren zu generieren. Let's look at these starting netminders. Das Mann hat die Wahl in den letzten Ender. Er hat den gleichen Niemann in den letzten Ender in den letzten Ender. Er hat die Niemann in den letzten Ender gemacht. Er hat den Niemann in den letzten Ender. Oh, Juri Ziver ist nicht Dennis Andras diesmal im Tor, das wundert mich ein bisschen. Los geht's, wir haben gleich mal den Puck, unser Erobert, aber wir haben zum Glück immer noch den Puck, jetzt haben wir ihn verloren. Also ich hab keine Ahnung warum jetzt ein anderer Torhüter drin ist. Hier ist der Schlussversuch. Seine erste Parade, seine zweite, jetzt kommt das Abstieg mal richtig. Juri also jetzt im Tor. Was macht der denn da? Schon sehr gut gehalten. So schlecht ist der scheinbar auch nicht. Und wir verzweifeln gerade am Tor, es gibt die erste Unterbrechung. Nach 6 Minuten 90 gespielt. Ein geblockter Schuss. Ah, sehr schön gemacht. Kommt gut an. Nochmal die Schuss. Ah. Hat dieses Glück wieder. Und wir haben immer noch den Druck. Und gleich gibt's eine Schlägerei. Komm, mach ihn fertig. Mach den Aufbruch fertig. Und da fliegt der Helm weg. Nach dem Busch-League-Spiel. Sehr schön. Komm. Gib ihm den Rest. Wow. Gib ihm den Wunsch auf den Puck. Ich dachte, der Kampf war vorbei, als es angefangen hat. Mein Fehler. In einem großen Traum. In einem großen Traum. Was mir auch mal passiert ist bei einer Schlägerei. Das kann ich mir nebenbei noch erwähnen. Dass dann einer von hinten kam und es weiter ging. Also es waren zwei Männer, die sich wieder angelegt haben. Den ersten hab ich dann verloren. Und den zweiten hab ich geboren. Daddy Richmond. War betreidigt. Das steht immer noch 0 zu 0. Adler Mannheims collected another victory on the face off. Schön über die Bande. Aber es hat nichts gebracht. Der Torhüter Held. Oh. Gut gemacht, Juri. Juri Held. Aber was ein fataler Fehlpass. Jetzt erst bereinigt durch einen Fehlpass der. Fantas. Boah. Was war das denn? Nehmt er hier den Torhüter voll mit? Also ich glaub es geht los. Sieht immer noch 0 zu 0, weil der Torhüter hält wie ein Schwein. Oh. Und er hält schon wieder. Also das ist eine Bank der Keeper bei den Augsburgern. Ich erinnere mich auch noch, dass ich hier gegen die Verlängerung. Also Oberstein. Er erinnere mich noch. Er war es genauso schwer. Adler Mannheims got that win. Receives that pass from the other side. Jetzt mal sowas probiert. Er hat einenilden Moment. Schmerz in front. Tremendöse Pressure. Oh. Und ein Banff! Netter Versuch. Aber der früchst nicht. Er kommt, nicht urich. Jetzt mal wieder die Panthers. Wie geht's? Schön gefangen. also der juli macht kein schlechtes spiel er hat auch noch keinen reingelassen jetzt mal mehrere schossen hat er gut schön geblockt aber die fänders immer noch abseits und die fänders machen auch ein gutes spiel und wir ballern das ding da vorne voll wie noch was jetzt eben gesehen 6-7 chancen hintereinander und sie geht einfach nicht rein also schön spannendes spiel fünf bullies schon gewonnen gestern kam ja auch der captain america film in die kinos bin ich mal gespannt auf amerika das erste länder still of war die teams kept america ich glaube mit selken scarlet which winter soldier and man gegen einen black widow black enter und spider-man gibt ja jetzt auch wieder neuen spider-man darsteller finde ich bisschen blöd weil mir der letzte bei den beiden spider-man reboots gefallen hat ja und eben ist auch das dritte zu ende es ist 0 zu 0 ausgegangen das erste dritte noch ist schön spannend also also wie gesagt es geht hin es geht vor viele fehlpässe dabei aber es trotzdem ein schönes wie war das ist ja auch ein auswärtsspiel und das war es auch schon von dem ersten drittel des spiels adlmannheim gegen die augstburger panthers ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr diesen kanal unterstützen wollt oder wie gesagt das video dann könnt ihr das durch ein like ein kommentar oder ein abo ich würde mich freuen wenn ihr ein like da lasst und kommentar da lasst da lasst weil dann kann es nämlich am video immer noch was verbessern und ich bedanke mich fürs zuschauen schön mit ö geschwindet 2004 2007 2005 2010